Ich kenne Türken, die in Wien leben. Früher hat Fenerbahce Adidas gehabt. Das gibt es auch bei Gals 3, 3.000 Euro. Ein Adidas Fenerbahce Trikot kostet 80 Euro. Nein, er holt sich nicht von Adidas. Er fährt zum Fenerium Shop mit einem Picker, das Geld geht zur Fenerbahce zugute und kauft sich dort 450 Euro. So toll ist es. Nicht nur da, sie leben dafür.